Hey, willkommen zur 14. Folge von Die Sims 3, äh 4, äh, hätte ich wohl gerne Die Sims 3. Na gut, damals die Freiheiten, die wir noch hatten. Oh, ich gehe arbeiten und lasse dich einfach hier stehen. Ich könnte auch einfach die Arbeit abbrechen. Und was stellt die sich eigentlich frühs am Morgen, wenn ich zur Arbeit muss, vor meine Tür? Hätte sie mich zur Arbeit abgeholt, wäre es was anderes gewesen. Ja, jetzt stellt sie sich schon wieder vor meine Tür. Muss ich hier noch sagen, wann ich arbeite? Entschuldigung, ich habe auch ein Leben, ja? Ja, 381 Dollar. Und da jetzt wieder ab. Okay, Zeit, du kannst wieder... Sobald ich nach Hause komme, werde ich erstmal die Rechnung bezahlen. Nein, ich werde erstmal reingehen und dann, hä, ich wollte ja noch was machen. Ach so, ja, ich gehe mal schnell wieder raus und bezahle mal schnell die Rechnung, ne? Ich habe Hunger. Äh, Tär? Macaroni mit Käse. Immer wieder ganz lecker. Ach, immer wieder schön zu wissen, dass andere Leute noch an mich denken. Hey, schön, dass du wieder da bist. Komm doch rein. Okay, wie war jetzt dein Plan? Essen draußen hinstellen und... erstmal essen. Deswegen hast du es doch gekocht. Lass es nicht kalt werden, verdammt. Du kannst ruhig mit dir reden. Guck, ich hätte einen Witz machen. Oh, was war das denn jetzt? Derzeitiger Beziehungsstatus-Freunde. Einfach nur gute Freunde. Oh, 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 oh. Oh, Gerez. Oh, 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 oh. Oh, wow, oh, 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 oh. Oh, Kira. Okay. So, Jim Zabavi. Bahira Ruthay! Skiznapalushi-Breeze. Anbrillen. Oh, Flizza! Karinzi. Ah, Bouchard! Wie kann ich ihr das irgendwie austreiben, dass sie andere Menschen einfach so anwohlen an der Ressenzstudio? Verschwörungstheorie mit tollen, okay. Achso, ein Levelaufstieg. Okay. Achso, sie ist mit Mortimir-Große. Was? Was? Ach, nö, jetzt bin ich wieder beschämt. Nö, will ich nicht. Ich will aufessen. Zuspruch am Spiegel. Okay, machen wir das. Hä? Achso. Freunde. Aber warum war es hier jetzt gerade nicht bei allen? Was, Maxis? Hat ein Haus favorisiert. Okay. Warum sollte mich das interessieren? Dag-Dag! Was? Nein, 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 nein. Was? Nein, nein, nein. Okay, zum Glück geht das nicht auf meine... links drauf. Da kommt was angerannt. Alter, hör doch mal auf, hier irgendwelche Dinge zu favorisieren. Das interessiert mich doch nicht. Warte, bevor es wieder weg geht. Witz über Ingenieure erzählen. Ist doch schon mal ein guter Witz. Ah, Lamina? Alter! Der geht hier ja schon wieder weg, ey. Sag mal, dem gibt es nicht mehr Witz TIME. Klopf, klopf jetzt, so. Kannst du damit aufhören? Bekannter, immer noch. Glücklich. Witz erzählen. Ist kokett. Freund. Hey, ich hab alles. Nein, nein, wir reden nicht über Interessen. Vergiss es. Das wird's wahrscheinlich mal gewesen sein. Hat einen Haushalt favorisiert, aha. Danke, du Arschloch. Kannst jetzt gehen. Ich hab das, was ich wollte. Ich brauch dich jetzt erst mal nicht mehr. Vorerst. Nicht mehr. Okay. So, wie weit sind wir? Gerade erst begonnen. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Immer noch 25%. 50. Hat der gerade ein Foto gemacht? Alter, nachher kommen die zwei noch zusammen. Aha. Tag verschönern. Hat sich schon erledigt. Ich muss noch nicht jemanden anrufen, um das Dings hier hinzukriegen. Warte mal, weiß ich schon, ob der Typ Single ist? Nein, stopp, du musst nicht gehen. Bitte abzuhängen. Wabe, Trinkana-Soup? James Deppel. Äh, 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 äh. Ist es geschafft? Abgeschlossen, ja. Ähm, was wollte ich? Freundlich. Kann ich noch mal fragen, ob Sim Single ist? Äh. Also lustig ist es nicht, ne? Eigentlich nicht. Unfug. Ach, scheiß drauf. Ich glaube, da muss man auch kokett drauf sein. Stereonlage tanzen kannst du auch vergessen. Ah, besser. I-e-e-e. Ah, besser. Befete Shemagra. Grinoi Foyby. Kana Shuna. Thar Benep. Ach, ach. Okay. Schmeicheln, oh man. Auf Wiedersehen sagen. Ich glaube noch ein paar Stunden. Ich habe auf Wiedersehen gesagt. Warum ist der Typ noch da? Na gut, auf jeden Fall haben wir die Beförderung so gut wie in der Tasche. So lange habe ich darauf gewartet. Endlich habe ich drei Freunde. Warum ist die Tür hier eigentlich die ganze Zeit offen? Ich muss noch was sagen. Schaffen wir es noch vorher aufzustehen? Ich glaube wir müssen langsam aufstehen. Damit wir noch essen können. Frühstücken. Hier. Was machst du? Baden. Okay. Dann tu das. Was? 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 Oder was? Was? Bist du nicht? Ja. Du? Du? ok dann eben nicht angespannt warum ist sie jetzt schon wieder angespannt also kein Dings Haushalt favorisiert ich werde mal meinen Haushalt auch hochladen mal schauen ob der favorisiert wird aber dann kann ja jeder mit ihr spielen das will ich auch nicht na los komm mach doch mal hin ich bleib noch vor meinem Haus stehen ich kriege hier schon wieder nichts hin jawohl wenigstens eine Beförderung Agentin im Außendienst ja klar komm heran ich bin total fertig du scheinst aber total fit zu sein jemanden umarmen ich will dich umarmen komm 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 oh hm ich kann nichts machen ich kann nichts machen Kein Spaß. Ich bin total müde. Ja, weil sie hat mich umarmt. Scheiben. Ich bin total müde. Hä? Jemanden kennenlernen? Okay. Spielspielen? Fernsehen gucken, äh, plaudern und Spielspielen, ne? So sind die Leute von heute. Zwei Stunden Spielnage betraten. Was? Level 3 der Fitnessfähigkeit erreichen. Was? Schon? Aus? Okay, dann. Aufschlafen. Weil sonst wird die nächste Tätigkeit sowieso wieder von mir überschrieben dann. Ich habe gar nicht gesehen, was verdiene ich denn jetzt eigentlich? Julia wurde befördert und ist jetzt Agentin im Außendienst. Sie verdient jetzt 17 Simulions mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 40 Simulions pro Stunde ergibt. Sie hat zudem den folgenden Bonus erhalten. 422. Nächste Schicht beginnt um 10 Uhr. Und wir arbeiten jetzt bis 18 Uhr. Na toll. Das sind jetzt so die Zeiten, wo ich sagen muss, das ist extrem freundeunfreundlich. Wie kann man sich solche Arbeitszeiten aussuchen? Von 10 bis 18 Uhr? Da kann ich überhaupt nichts mehr machen. Ja, dann verwende mal schnell. Kochen. Eier mit Toast. Eier und Toast. Und danach, wenn du was gegessen hast, kannst du duschen. Und das lässt du jetzt hier einfach so weiter grillen oder was? Aromatisieren. Ja, das kann doch nicht sein. Ey, das kann doch nicht sein. Wenn hier jetzt alles der Reihe nach kaputt geht immer. Oh, in einer Stunde musst du schon wieder zur Arbeit sein. Alter, mach hin. Ich hab noch nichts gegessen. Und essen bitte. Sorry, das muss jetzt noch sein. extrem fett glücklich doch nicht mehr jetzt ist man gespannt was 5000 verdient glaubt man wir können uns die stahlblase belasten duschen tun wir das mal tun wir das mal schon der klick funktioniert das nicht mehr dann wieder 25 mehr sind glaube ich nur noch 100 punkte die ich dafür brauche und dann werden wir wieder spaß beim kochkanal schauen haben scheiße man alles geht kaputt kameran baden ja reg dich auf die putze hat es nicht sauber gemacht man oder besser gesagt sie konnte es nicht sauber machen was jetzt los nein mach das nicht ich gehe erstmal hier raus jetzt darfst du dich bewegen was willst du denn wo der sandy klingelt ok von mir aus erstmal baden und wieder raus ja genau komm rein oh nein verdammt jetzt muss ich mir hier mal luft machen was was nein der ist doch schon ah man ich muss pissen und kochkanal schauen alter maxis übertreibt es extrem gerade alter maxis übertreibt es extrem gerade ein zimmer favorisiert ein zimmer favorisiert ok da ist meine freundin schon wieder gegangen und der leitscht auch wieder weg und dann kann ich endlich in ruhe schlafen ich muss noch fitness üben und spionage betreiben computer machen irgendwie informationsrecherche könnte das spionage sein oder was ist spionage andere sprüche durchsuchen joggen gehen was ist denn das hier ich muss auch ich muss auch extrem oft aufs klo geh aufs klo und jetzt ab zur arbeit und tschüss das ist ein bisschen das ist ein bisschen was ist das Der wichtigste Berater von Julia hat sich in letzter Zeit ein wenig merkwürdig verhalten. Ausweichend distanziert und geheimnisvoll. Julia macht sich Sorgen, dass er vielleicht zu einer gegnerischen Agentur übergewechselt sein könnte. Soll sie ihre Vermutungen weitergeben oder selbst mit ihrem Berater sprechen? Äh, berichten. Und dann Leistungsverschlechterung. Extrem, oder was? Äh, die Abteilung für interne Angelegenheiten führt den kritischen Berater vor Julia ab. Er beteuert seine Unschuld, aber das tun sie alle. Okay. Kommt da noch was auf mich zu irgendwann, ja? Und endlich wieder Feierabend. Hä? Was? Spionage betreiben. Ich will wissen, wie kann ich Spionage betreiben? Womit? Wenn hier jetzt irgendwo ein Sim rumläuft, kann ich hier Spionage betreiben? Grob vorstellen, aber gerufen, bla bla bla. Kann ich nicht. Nicht. Äh. 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 Nach Memes durchsuchen, recherchieren, Simpedia durchsuchen, lustige Videos auf SimTV ansehen, Kunst durchsuchen. Und dann brauchen wir mal hier Informationsrecherche. Vielleicht ist ja das 100 Simoleons fliegen. Ist es wahrscheinlich nicht, ne? Was hier nach einer Stunde oder so steht. Doch, das ist es. Cool. Und da haben wir es. Vor dem Spiel beruhigen. Und dann würde ich mal sagen, Merkmale. Machen wir Stahlblase. Ich gucke nochmal schnell. Für Spaß wäre irgendwas hilfreich. Damit der immer oben bleibt. Ja. Ja. Ah, sei ja. Nilsi? Ein Arb. Duschen. Bei jemandem Luft machen. Na gut. ich habe meine freundin heute vergessen stand die vielleicht vorhin vor der tür und ich habe nicht mitgekriegt ich glaube ich war stuf 8 stufe 9 schon okay es ist mir schon wieder unwohl weil hunger schnelle mahlzeit essen cerealien kommen lauter mit und erledigt geht schon schlafen schlaf und ich würde sagen ich mache jetzt erstmal eine pause weil ich weiß nicht wie lange die folge wieder geht ich vergesse jedes mal meine stoppuhr einzustellen also bis zur nächsten folge dann ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020